Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Blade & Sorcery. Schön, dass du deinen Weg wieder auf diesem Kanal gefunden hast. In der heutigen Folge geht es weiter mit irgendwelchen lustigen Dinger... Oh. Irgendwelchen lustigen Dingern auseinandernehmen. Und wir sind, glaube ich, auch relativ gut ausgestattet. Also wir haben jetzt das königliche Dolchding. Also das hier, das Messer. Oder kaiserliches heißt das, glaube ich. Nee, königlicher Dolch. Königlicher Dolch. So, zack, zack. Ja, dann haben wir natürlich unsere wunderbare Holzverlags, die wir hinterm Haus gefunden haben. Die ist auch gar nicht rostig und hat gar keine Kanten oder so. Aber das ist dann gut, wenn man irgendwelche Leute slaschen will. Trotzdem ist sie nicht mehr so scharf. Man müsste sie mal wieder schärfen, ja. So, und auf der dritten Seite haben wir für 220 F des Françaises ein wunderbares Schwert gekauft. Ja, so, hier. Zip, 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 zip. So, und damit geht's jetzt los. Dazu rüsten wir uns als erstes aus. So, und wir brauchen dringend Rüstung. Wenn wir gehittet werden, sind wir völlig ungeschützt. Was natürlich gar nicht gut ist. Ich schmasse einen Apfel hier rein. Und jetzt schauen wir mal, was wir machen können. Die Sache ist, ich muss immer noch rausfinden, was das hier macht. Und das wird man jetzt benutzen können auf jeden Fall. Dazu werden wir aber irgendwelche lustigen Steinchen brauchen. Diese Kristalle. Und wir können mal versuchen, welche von diesen Kristallen mitzunehmen. Und, ah, wir können jetzt die Kiste öffnen hier. Na, das hat sich ja gelohnt. Ja, gut. Also, wir können diese Kiste jetzt, nee, wir können die Kristalle dann mal mitnehmen und gucken, ob wir da irgendwas machen können. In die Richtung. Wir schauen mal. Weil wir haben jetzt eine dieser Kartenteile in der letzten Folge gefunden. Das ist ganz gut. Beim Baron waren wir, und wir machen jetzt mal den mit der Schwierigkeitsgrad 2. So, und da sind wir schon. Ich tausche das mal. Letztes Mal sind wir da unten gestartet. Nein! 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 Schieße mich jetzt nicht direkt wieder hier runter. Nein! Das gibt's nicht! Das lief jetzt nicht so, wie wir es uns erhofft haben. Oh, ich mach mal die Maus aus dem Bild. Wie wär's denn da damit? So, das lief nicht so, wie wir es uns erhofft haben, aber... Ich probier's nochmal. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein! Lass das! Okay, ein Teller. Okay, ein Becher. Geil, Alter. Okay, wir rennen da rüber. Gucken, was da auf uns wartet. Vielleicht kann ich da so... Okay, Spitzhacken. Nehmen wir direkt mal eine mit. Kann bestimmt irgendeinen sehr sympathischen Mann in den Kopf hauen. Genau so hab ich's mir vorgestellt. Mit dem Thema in den Kopf hauen. Okay. Okay. Oh! Take him out! Oh, boah! Oh, boah! Okay, wenn er nochmal hier herläuft... Okay? Okay? Oh! 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 Oh Gott! Alles gut! Ah, ich hab sogar die Äpfel noch! Weil wir gerestartet haben! Also man kann auch... Shit! Man kann auch Modi mitnehmen, wo man nur ein Leben hat, aber das ist mir für den Anfang... ...für den ersten Playthrough... ...deutlich zu krass! Junge, Junge! Zwei... ...äxte aufm Rücken... Scheiße! Ich hab das Tor entdeckt... Ich glaub, ich hab das Tor auch schon entdeckt, ne? Das ist da, wo wir wohnen... Shit! Ah! 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 Da oben ist ne Vase! Meine! Nein! Mein Messer! Da! Okay... Was zum Teufel ist das denn? Nein! Ah! Shit! Da oben ist bestimmt was drin! Ich muss da hin! Ah! Oh Gott! Ja! Kletterprofi! Ah! Ah! Hier ist ja gar nichts! Jetzt passe ich nicht mehr durch! Oh Gott! Ah! Ah! Die Fingerhände aufgeschürft vorm Fallen, Alter! Wir versuchen uns wie immer hier durchzusteelfen! Shit Durchzustafeln für den Arsch Ja Weg Richtiger Assassin hier, Alter Zapp und Zapp, du ist da Shit Oh mein Gott Nein Oh Gott, Alter Ich hab mein Schwert verloren Nein, hoch, hoch, hoch Hoch Okay Hab ich den Arm abgenommen? Oh mein Gott Gut, Messerkampf willst du, ja? Achso. Ich hab kein Messer. Wir können das auch so klären. Ah! Ah! Shit! Ah! 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 Okay. Dann kriegen wir das eben nicht so. Oh! Shit. Geht's gut. Okay. Ruhe. Ruhe. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier lang? Ah! Vor allem, ich hab mein Schwert nicht mehr. Das ist natürlich jetzt richtig doof. Der hat mir das voll... Sorry. Der hat mir das voll weggeblasen. Okay. Wo ist mein Hammer? Da. Ah, meine Axt meine ich. Okay, Schatz. Ja, Mann. Totenschill. Aber diesmal mit Mund unten. Also... Hä? Wie geil. 360. Boah. Das ist das zweite Kartenstück. Yes. Wir haben's. 600 Kohle. 40 ist das wert. Boah. Okay, weg hier. Los, weg hier. Okay. Zu nach Hause. Kristalljagdzeit. Erobere den Dalgariankerker. Oh, scheiße, Mann. Das sieht Belohnung. Und da krieg ich so eine Scherbe. Also so ein Ding. Ach, du Scheiße. Boah. Oh, oh. Tja, aber das sind vieles mehr. Sehen Sie erst in der nächsten Folge von Blade & Sorcery. Was ist mit meinem Gesicht? Sehen Sie erst bei Blade & Sorcery. Nee, erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann finden wir in der nächsten Folge raus, was das hier für eine Scheiße ist. Oh, boy. Ja. Ah. 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 So. Auf Wiedersehen. Und Tschüssi. Ach so.